Bei Menschen ist das so. Entweder sie lieben mich oder sie lieben mich nicht. Bei Hunden ist das anders. Die Hunde, die lieben mich alle. Genau wie die Free Snacks von Belfour. Die sind 100% natürlich und bestehen aus Fleisch in Lebensmittelqualität. Entweder aus gefriergetrockneten Hühnerherzen oder gefriergetrockneter Lammlunge mit Blaubeeren. Eure Hunde werden diese Free Snacks genauso lieben wie meine. Lecker!